Musik Hallo Weißenfels, hallo! Wir grüßen euch, seid gegrüßt Kameramann, hallo! Da muss man sagen, wir hatten die Beinahmen der Reiche nicht bekommen wegen der Stadt Weißenfels, sondern wir hatten uns nicht nur später im Jahr zu... Genau 100 Jahre nach... König Rudolf gab die Rechte an, als Schmur hat heute Weltbekanne. Grüße, Herr König! Ich bin doch nur ein Spielmacher! Sieht durch die ganze Welt! Mit meiner treuen Nachbote schlaf ich unter Wimmelzell! Komm ich in die Zitterlande! Wer gibt's da? Gutes Bier und schöne Weiber sind die schönsten Zeitvertreiber! Hast du das drauf? Saufel, saufel, voll Digo! Steh saufel, saufel, Digo! Zum Wohl! Prost! Zum Wohl! Zum Wohl! Zum Wohl! Zum Wohl! Zum Wohl! Zum Wohl! Musik 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 2.11.2018, 19 Uhr im Kulturausweis. Und wer die Show verpasst hat, der kommt einfach am 4.11. um 16 Uhr nochmal ins Kulturausweis. Musiker Zauber von Music Art Weißenfeld. Dankeschön. Musiker Zauber von Music Art Weißenfels, der UAC, Sparkasse Weißenfels, er hat an diesem Wochenende am Hang, ist auch die vorbildliche Nachwuchsarbeit des Vereins. Sie sehen es hier. HIP! RUAH! HIP! RUAH! Danke! RUAH! 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 ARD Text im Auftrag von Funk Der erste Weißenfelder vor mir steht und unter der Schwarz-Gelb-Stagler wird nämlich bereits seit 1903 in der Seelauer Straße Fußball gespielt. Äh, ja. Der erste Weißenfelder vor mir steht. Wir sehen, den Blut hat er durch. Nicht mehr. Nicht mehr.